Die Schlacht in der Straße von Makassar war eine Seeschlacht während des Pazifikkriegs im Zweiten Weltkrieg. Sie wurde auch bekannt als Schlacht in der Madura-Straße, Schlacht in der Floressee oder Schlacht nördlich der Lombok-Straße. Eine Flotte des alliierten australisch-britisch-niederländisch-amerikanischen Kommandos unter dem Oberbefehl des niederländischen Konteradmirals. Karel Dorman hatte die Absicht, einen japanischen Invasionskonvoi abzufangen, als sie durch 37 japanische Sturzkampfbomber angegriffen und zum Rückzug gezwungen wurde. Vorgeschichte Die eingesetzte alliierte AB der Flotte bestand aus zwei niederländischen und zwei amerikanischen Kreuzern, der Herr, MS, der Reuter als Flaggschiff der Herr, MS, Trump der USS Houston und der USS Marblehead. Die Kreuzer wurden von den niederländischen Zerstörern Herr, MS, Bankert Herr, MS, Pitein Herr, MS, Van Gent und den amerikanischen Zerstörern USS Barker, USS Bulma, USS John D. Edwards und USS Sturz eskortiert. Zu Beginn des Monats Februar 1942 patrouillierten diese Schiffe in der Straße von Makassar zwischen dem südöstlichen Borneo und dem südwestlichen Selebes. Der Versuch der AB der Flotte am 2. Februar einen japanischen Konvoi bei Kendari abzufangen, schlug fehl, da die Japaner bereits abgezogen waren. Am 4. Februar 1942 liefen sie erneut aus Bundarots aus, um eine große japanische Invasionsflotte aufzuspüren, die berichten zufolge durch die Meerenge laufen sollte. Sie stand unter dem Oberbefehl des Konteradmirals Takeo Takagi und bestand aus drei Kreuzern und 18 Zerstörern, die Truppentransportschiffe für eine Invasion und andere Schiffe eskortierten. Die Schlacht Am 4. Februar 1942 um 9.49 Uhr wurden von den Seeleuten der AB der Flotte im Osten japanische Sturzkampfbomber vom Typ Aichi D-3A gesichtet, woraufhin Admiral Dohrmann das Feuer auf diese eröffnen ließ. In den folgenden Stunden wurden die alliierten Schiffe insgesamt fünfmal aus der Luft angegriffen. Die ersten drei Angriffswellen richteten keine nennenswerten Schäden an. Doch beim vierten Angriff wurde die USS Marblehead von zwei Bomben getroffen und durch einen Nahtreffer nahe dem Bug an der Steuerbordseite beschädigt. Dabei starben 15 Seeleute, 84 wurden verletzt. Die USS Houston wurde durch einen Treffer neben ihrem achteren Hauptgeschützturm ebenfalls schwer beschädigt. Dabei fanden 48 Mann den Tod und 20 wurden verletzt. Die Herr, M.S. D. Reuter erlitt nur leichte Schäden durch Nahtreffer. Der letzte japanische Angriff erzielte keine Treffer. Die fortgesetzten japanische Luftangriffe machten für die Alliierten aber jede weitere Operation auf See unmöglich, ohne den Verlust der Schiffe zu riskieren. Dorman war gezwungen nach Tielatjab zurückzukehren, um an den beschädigten Kreuzern provisorische Reparaturen vornehmen zu lassen. Folgen Die Schlacht war eine schwere Niederlage für die AB der Streitkräfte. Admiral Doorman gelang es nicht, den japanischen Schiffsverband anzugreifen, da seine Flotte durch die unerwarteten und außerordentlich heftigen japanischen Luftangriffe zum Rückzug gezwungen wurde. Die japanische Invasionsflotte nahm währenddessen Balikpapan ein. Keine der den Alliierten zu diesem Zeitpunkt in Niederländisch-Indien noch verbliebenen Werften war in der Lage, die schweren Schäden auf der Marblehead oder den durch den Bombentreffer ausgefallenen Geschützturm der Justen zu reparieren. Die Marblehead musste daher in die USA zurückkehren. Die Justen blieb zwar mangels verfügbarem Ersatz im Kampfgebiet, konnte aber nur noch mit sechs ihrer 29,3 cm Geschütze kämpfen. Der Ausfall eines leichten Kreuzers sowie die eingeschränkte Kampfkraft auf einem von nur zwei verfügbaren schweren Kreuzern war ein schwerer Verlust, für die ohnehin den Japanern schon stark unterlegene AB der Flotte. Referenzen Die Angaben sind hierzu widersprüchlich.